Musik Wir feiern drei Tage lang das, was uns verbindet. Sichere dir jetzt Tickets für die Polaris Convention 2023. Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf eurem absolut Lieblingskanal für die ungewöhnlichen Memes da draußen. Heute mit Version 2, 3, 5 der Unusual Memes. Immer ein Knaller. Rein da. Da. Hi. Hi. Oh Gott. Das ist so krass. Why? Ey, will ich mir... Hey, sorry, aber kennt ihr? Ich weiß, es ist bestimmt übelst geschmacklos, aber habt ihr in letzter Zeit diese Meme gesehen? The only thing bigger than my pride in my eyes is my hatred for tall people. Ja, ja, hab ich gesehen. Sehr lustig. Sehr lustig. Ey. Alter, ey. Alter, ey. Alter, ey, Alter, ey, Alter, ey, Alter. Alter, ey, Alter, ey, Alter, ey. Stark. Oh, er ist so geil. Roboter müde. Oder schlafen. Look at all these winners. Suddenly, crisis. Let's go, Adam. Woo! Woo! Huh? What was that? Was that was planned? Is that planned? I've played just about every Pokemon game except for that newest one. Yeah, a little something, okay. Boop. Boop. Oh, das war schlimm. Er hat sie abgesehen. Can you not? Wow. Sir. Can I? What? Oh, er ist liquid, Alter. Be water, my friend. What? What? The fuck? The fuck? We need such a Rutsche, guys. The fuck? The fuck? Was war das denn gerade? Er hat seine Zähne geschliffen. Digga, so machen die Kinder also ihre Zähne scharf. Ich verstehe. Frische Zähne von Kindern sind wirklich schlimm. Oh wow, smart. Ja, aber auch irgendwie wild, wo auch immer die Person ist. Also ich könnte... Ja, mir fällt kein Ort ein, wo es geschlossen ist, wo ich sein könnte, wo ich das dann tun könnte. Okay. Wisconsin. Wisconsin. Sausage-Flip! Sausage-Dog! Nun, ich weiß, wer Ärger kriegt. Das ist ein Weg zu smoothen. Geil. Danke, Rico. Dankeschön für 5. Wer hat diese Räder geschlossen? Digga, was ist da passiert? Digga, was ist denn das? Warum ist denn das alles so geil? Oh. Hä? Oh, er hat sie hinten aneinander geschlagen. Ah, ja. Oh. Ah, ja. Ah. You, I, I got you right here. Ciao. Oh my God, oh my God. Ja, aber der LKW hat natürlich angehalten. Wir wissen es. Ja. Ah, das hat mir wehgetan. Okay. What the f- What? Das fühle ich dich gut. Das war gut. Digga, ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass Vögel sowas mit Absicht machen. Ja. Teilweise. Ich habe wirklich zu viele Situationen erlebt, wo wirklich Vögel gesagt haben, der Himmel ist groß. Ich könnte überlang fliegen, aber ich fliege jetzt genau hier drüber. Und scheiße, genau in diesem Moment. Unser Kater ist vor kurzem angeschissen worden. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Vor allem nicht bei ihm. Das war so lustig, als ich neulich bei dir im Garten war. Ja. Wirklich, die Katze sitzt so im Garten und chillt und guckt so auf den Hasen, ne, die ganze Zeit. So wirklich super gechillt und ich bin da und knie mich hin und spiele und streiche den Hasen. So wirklich eine halbe Minute lang und die Katze ist direkt neben mir. Danke übrigens, Tobi. Dankeschön für den Raid. Hallo, hallo. Hey, der hübsche Tobi ist am Start. Ich bin wirklich neben der Katze und dann stehe ich auf und will woanders hingehen, weil ich gedacht habe, okay, Katze brauche ich, die chillt da halt so. Und dann einmal die Katze so. Und abgehauen. Die hat mich wirklich legit ne Minute lang nicht gerallt, diese Katze. Und dann hat sie realisiert, wer ich bin. Ja, nicht jemand, der sonst da ist. Ja, so ist es. Danke nochmal für den Raid, Freunde. Ja, vielen, vielen Dank. Lehnt euch zurück. Da, Wasser. Hä? Ah, es fliegt jetzt oben raus, Retten? Ja, smart. Man muss nur Lösungen haben. Das ist derselbe Typ mit der Cola gewesen. Nein. Nein, mein Leben. Ich brauche das. Ich will diesen Sound haben. Das ist ja fantastisch. Wenn ich wieder was gegessen habe, weil ich es nicht vertrage habe, weil ich es viel zu geil finde. Direkt mitnehmen. Was ist das da unten gewesen? Das sind die Lechten. Was? Okay, now, everybody see it? There, you see it? What? Insane. Digga, das war wie der 360-Flip heute. Flo und ich hatten genau so einen Moment, wo Paul, niemand war dabei. Wir waren auf der Couch. Wir haben ein Telefon, wir haben den Telefon-Kickflip, den 360-Kickflip gemacht mit dem Hörer. Und ein Glück hat Fabi es gefilmt. Fabi war dabei. Du wirst es in dem Vlog sehen können. Ansonsten hätte uns niemals jemand geglaubt, dass das geklappt hat. Wir waren doch viel zu krass, Olli und ich. Das war Olli-Eskalation. Das war viel zu krass, Mann. Das war echt eng, ey. Das war echt mies. Ey, lass ihn! Ist er ultra stung. Jawohl. Oh. Oh. Lieber, weil den Effort wegmachen soll. Ja, aber das ist auch so Kindlösung. Und dann sind Kinder ja auch so enttäuscht, dass das dann nicht funktioniert. Und wenn sie dann anfangen zu realisieren, was sie getan haben. Und einfach so aus Verzweiflung einfach weinen, weil sie denken, Leben endet. War das nicht einfach nur Bettdecke oder so? Ja, fuck it. Aber für das Kind. Aber hast du gesehen, wie das aussah, Digga? Wenn man sich da reinlegen kann und es hält. Dann ist es cool, ne? Würde ich das legit so lassen. Ja, ich fand es auch cool. Ja. Das ist ja super gut. Das ist ja super gut. Das ist ja super gut. Nice. Wann geht's los? Würde ich mir jetzt 10 Stunden Version von geben. Flo übrigens. Weißt du, dass ich Breakcover-Tracks gemacht habe? Echt ein paar? Nice. Hau raus, Alter. Wirklich. Fangen nicht wieder damit an. Weißt du? Kurze Insider, Freunde. Weißt du, wer zwei richtig geile Stücken Käsekuchen jetzt hat? Oh nein, du! Nee. Der Typ! Ja. Marcel! Ja. Und Stefan! Genau. Die haben sich hört, Marcel... Ja! Unser Käsekuchen! Ja, Mann! Ah, mit Leben! Zieht an mir vorbei! Das ist so riesig. Ich hatte sofort in dem Moment, als ich auf dem Fahrrad nach Hause gestrampelt bin, hatte ich so den Moment of Realization und dachte so, Kevin! Aber nur halt mit Käsekuchen. Aber er hat auch, und das muss man auch sagen, er hat auch noch eine Nachricht geschrieben, weil ich es ja nicht passend hatte, und hat gefragt, ob er noch die übrigen 3,70 Euro paypallen soll. Du hast gesagt, ja, du Arschloch! Und Kuchen per Post. Und Kuchen per Post bitte morgen. Oh Gott, ja. So, wir müssen einen neuen holen, ne? Ist klar. Ja. Das können wir so nicht stehen lassen. Das ist so naughty Sandwich. Oh, das sieht gut aus. You fucking Nance, fat as fuck! Warum bist du jetzt so? Ich finde es ja super witzig, aber warum? Nee, mach mal nicht! Hey, der Arme! Nee, du kannst den ja vorsichtig nehmen. Das Ding ist so geil, Mann! Ich hab das schon mit Flo gesehen, das ist so gut! Ich lieb alles daran! Was ist das? Marzipan? Marzipan? Nee, Kiwi! Flo, bist du noch bei uns? Oder bist du Wander's? Ich bin... Ich bin... Du bist Wanderer da. Ja, alles klar. Nein, bitte! I, was ist denn... wow, das war stark. Okay Was? Frösche, Alter Ich hab letztens einen malaysischen oder malaysischen wahrscheinlich, keine Ahnung Laubfrosch gesehen Der ist crazy, Digga Malayan Leapfrog Der hat Augen, die sehen aus wie Blätter Also so Augenlider Das ist richtig crazy Freunde Gehnt rein jetzt hier, tschüss Ob du dran geleckt hast? Nee, geht nicht, der ist nicht zum dran lecken Probieren geht über studieren